Hi Leute, in der letzten Woche habe ich ein Video gemacht von den neuen Yu-Gi-Oh Karten und ich habe dann das Video mir angeschaut und es war auf Kopf und deswegen wollte ich mich entschuldigen und deswegen tue ich das hier nochmal euch zeigen und nochmal Hallo Mama ich finde das Video wie es ist Scheiße, Alter, fällt das gerade auch wieder auf Kopf Ey, dieses Scheiße Handy, ne Ist noch fallen gerade, Rappdorapel Boah, Scheiße, ich muss mich mal hinsetzen So, der nächste ist ein super starker Samurai Typ Und die hier, die klettert zu Scheiße, Licht, aber egal Die klettert auch Die klettert richtig, ja Was halt es ein Yu-Gi-Oh gibt Aber die geilsten, die kommen noch Nochmal, ja Klar So Und wirklich, Entschuldigung, das alles beim ersten Video auf Kopf war Ist eine Spritze oder sowas Nochmal, ja Dann Und das ist etwas Ja Und das ist eine Spritze oder sowas Und das ist eine Spritzeuge gegen Knuck, 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 knuck. So, wow, 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 yeah. Zoom. Zoom. Ah scheiße Uuuuh sorry wegen die geräusche aber mir geht ein lied nicht durch den kopf also nicht aus dem kopf das ist ein kaffer von ganz und großes knogging ohne wins tor und jetzt kommen die besten karten von diesem deck ist ein trache wir ein blei eine blauäugige geist geistert entschuldigung ich bin ein bisschen krank glasflökel sind rohdrache geil der ist cool ok knock 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 Und jetzt kommt die seltenste Karte, der bleiäugige Drache. So, wenn ihr euch die kaufen wollt, ist so ne große Dings, ne, geht im Müller, die gibt's da für 19,99 Euro, ja, was ich euch schon auch noch zeigen wollte, mein Freund, ähm, ja, mein Freund hat Dings, als Hintergrund bei mir, bei der Playsee, ähm, was kann, ein ganz schönes, cooles Bild drauf gemacht, und ich wollte das euch noch mal zeigen, wenn mal der Fernseher angehen würde. Boah, was ist der Schuss, okay. Okay, sieht so aus, aber wenn wir die wieder aus dem Ausschalten, auf Ja, und wieder zurückgehen, kommt bestimmt bitte das andere. So, jetzt hab ich die wieder angemacht. Ganzignal, 4 Minuten 49, ja, so. Ist grün, ja, gut. Wenn jetzt das andere Bild da kommt. Yes, man. Guck mal. Zombieland. Sieht das nicht geil aus? Zombieland. Zombieland. So, ja, das wollte ich euch zeigen. Ich werde jetzt noch ein bisschen zocken. Ähm. Abonniert bitte meinen Kanal. Schreibt in die Kommentare was. Ähm. Lass einen Daumen nach oben. Jo, ich würde mich auf ein Abo freuen. Mach´s gut. Peace. Tschüss.